Norddeutscher Rundfunk 2021 «Oh du fröhliche, oh du selige!» «Mandarinli bringende Weihnachtszeit!» «Saletti, hast du eine Nüssli willen?» «Nein Nüssli willen, du!» «Nein Nüssli, Leppkuchen und den ganzen Scheiss da!» «Aber schälen kann das nicht auch noch, gell?» «Weisst du, was ich meine?» «Du kannst ja nicht alles auspacken, gell?» «Ha, ha, ha!» «Oh, Entschuldigung, gell? Du musst da aufpassen, ich bin da am Tanzen, du!» «Ja, und er sei auch recht von Herzen freu!» «Lustig, lustig, tralalalala!» «Bald ist der Sammichlausabend!» «Da, bald ist der Sammichlausabend!» «Schön, der war aber super gut!» «Sindst du noch weiter, oder?» «Bald ist der Sammichlausabend!» «Bald ist der Sammichlausabend!» «So, jetzt kommt ein paar Nüssli!» «Nein, nochmals eine Strafe, gell?» «Also, mach dich auch noch!» «Guten, guten Morgen!» «Schau, das ist alles für dich!» «Ja, danke!» «Komm, Marc, du hast so eine grosse Tasche, gell?» «Ja, kann ich noch etwas!» «Hät nicht all so einen grossen Sack, gell?» «Komm, du kannst ihn nicht machen!» «Wann ist er nicht machen, kannst du den Nüssli nicht knacken!» «Das müssten Sie uns übersetzen, das ist zu schwierig.» «Must du sagen, in der Schweiz, musst du sagen, «Ist er nicht der Nussli, wenn er nicht knacken, ist er der Gussli!» «Sag einmal!» «Ist er nicht der Gussli!» «Wann ist er nicht der Gussli?» «Wann ist er nicht der Gussli, wenn er nicht knacken, ist er nicht der Gussli!» «Kennen wir uns nicht?» «Ja.» «Wir kennen uns doch, oder?» «Ja.» «Gell?» «Wir sind doch mal miteinander, du weisst doch, an dem Pfand an, gell?» «Wir waren in der Nähe im Nest!» «Hei, glaubst du doch!» «Es war ein super Gussli!» «Das macht mich noch gut erinnern, gell?» «Briska oder Johanna, wie hast du geheissen?» «Ja, es war super!» «So!» «Ich kann nicht mal ganz schnappen, du!» «Ich kann nicht mal ganz schnappen, du!» «Ich kann nicht mal ganz schnappen, du!»